Ja, jetzt bin ich gerade noch eine gute eineinhalb Stunden gefühlt. Wunderbar, wunderbar, gelandet im Gras. Ja, ein schöner Flug war das jetzt, super herrlich, Abschluss des Kurses. Ja, das war wieder ein Thermikflug, der gar nicht so schlecht war, glaube ich. Einmal habe ich einen ziemlichen Abkippen gehabt. Mal schauen, wie das dann am Video ausschaut. War viel viel wieder eine super Geschichte heute. Ja, das war nichts. So, das war ein durchgebeutelter Flug, muss ich sagen. Mal schauen, die Landung war eine Chance. Aber sonst, alles wieder heilhunten, kann ich jetzt anpacken. Das war es fein, ziemlich an Nordwest oben. Passt. Das war's. Das war's. Ja, das waren meine zwei Flüge. Eine mit Thermik, ein wahnsinnig ruppiges Offizieren. Und jetzt noch ein gemütliches. So, mal das erste Antasten am Training. War klasse. Und dann muss ich noch schnell meinen Kollegen filmen. Ja, da fliegt auch mit der Husky. Na ja. Gut, ich muss schauen, dass ich weggekämpft wurde. War eine super Geschichte wieder einmal. auf mein Doktor. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Ein kurzer Flug, aber sehr angenehm eigentlich. Habe schön Kurven gemacht. Habe mich lange gehalten für das, was ich jetzt unterwegs bin. 13.05 Uhr. Ja. Halbe Stunde irgendwie. Nicht ganz vielleicht. Ja. Hat alles gut gepasst. Ich bin ganz zufrieden. Und das war jetzt auch mein Saisonabschluss. Es geht überhaupt nichts. Und es bringt's nicht. Und jetzt bin ich fertig für heute. 2020 Ende.